Ich sollte von Werner ausrichten, der Hans-Peter hat die Verpackung. Ja, das ist Holz, okay. Das ist egal. Das ist Erlenholz übrigens. Ja? Ja. Mit Muscheln drin. Ja, Seegreide. Wie alt? Die Preisfrage. Und das sind Schilfrezonen da unten. Du könntest diese Muscheln datieren und dann würde ich dir sagen, da machst du einen großen Fehler mit. Ja. Oh, zu dir. Ich halte unten. Okay. Aber da kommen wir noch ein weiter runter. Regen. Oh, jetzt ist wieder Torf. Jetzt wieder Torf. Ah, Seeschmiedeschwankung. Ja. Gut, gut, sehr schön. Sehr gut. Holzreicher Torf. Holzreicher Torf und nur fünf Zentimeter, ne, nicht mal. Also, oben hatten wir. Ich habe doch so fünf Zentimeter Sicht. Ja. Interessant. Interessant. Ja. Eins, zwei. Ja. Du bist zu stark, du hättest unten mit hoch, ey. Das mache ich immer so. Das ist ein bisschen einfach. Jetzt kommen wir mit. Ja. Stopfen wir mal rein. Und setzen wir den auf. Gucken, wie ist der 100er Strich dran? Ah ja. Müssen wir noch mal messen? Hier ist was, aber das müssen wir mal nachweisen. Ist der drin? Nee. Strich müssen wir kurz noch mal kontrollieren und noch mal nachziehen vielleicht. Gut, das geht gut, ey. So wie das vorgestellt haben, das muss ich noch machen. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist eine Probe, die wir nicht so gut auswerten. Nee, die bringt nichts. Sehr schön. Alles ist voll traur. Schilf, erste drin. Schilf, second top. Schilf, second top? Ja, im Verleihungsbereich. Typische Verleihungssequenz. Und Holzreste mache ich auch noch drin. Jetzt brau. Ja, und hier geht es ja wahrscheinlich in erster Linie um die Pollen. Im Moment jetzt geht es um die Pollen. Sattierung. Und hier bis da raus. Sattierung, das geht mit sich nicht. Also wenn ich den Punkt jetzt vorhabe, ist vor allen Dingen erst mal die Bahnen zu. Unten zu schauen, wie tief ist es denn? Wie alt ist es denn? Das ist die Leuchte in Warnfällen. Nein, das ist die. Jetzt bis hoch, oder? Das ist die Leuchte. Das ist die. Ja. Ihr habt mich vorbereitet. Vier Meter. Das geht ja. Eins. Okay. Nehmt mal lieber zwischendrin was weg. Ja, vorne. Hier sind zu viele Leute da. Die nehmen da nicht zu Ärger. Schauen wir mal hier ab, oder? Ja, noch einen. Ich halte nach, mach mal, Herr Klettig. Einer hält unten, genau. Ich hab, dann machst du mich beruhig. Nicht, dass beide oben halten, dann in den Dusch. Ja, ja. Ich ziehe das jetzt in dir, wenn ich noch nicht auf den Tag gehe. Das ist ziemlich komplex. Verstehen wir. Minus 0, minus Komma 0, alles. Vielleicht haben wir einen Scheiß. Das war auch ein bisschen angenommen. Oh, oh, oh. Das ist ja ein bisschen organischer. Ja, das ist zusammengestimmt. Gleich am Ufer. Was sieht man da jetzt? Also hier ist es jetzt mal ein bisschen was Organischeres, als das andere. Also das ist eher so im Seeinneren, See im Tieferen abgelagert. Hier ist es wahrscheinlich ufernaher oder die Wassertiefe ist geringer. Also es kann sein, dass der Seespiegel zum Beispiel geschwankt hat. Jetzt bauen wir oben wieder ab, oder? Ja, ja. Bauen wir bitte noch ein bisschen höher. Noch eins? Ja, machen wir ab. Jetzt bauen wir ab. Genau, ich hätte. Das war das letzte Mal, das haben wir 454 Meter. Ja, danke. Oh, oh. Oh. Ja, keine Schnecke. Wow. Nehmen wir mal so einen Zipfel hier, ja? Sieh ich drin, ne? Da unten, ja, da unten. Wie ist das? Sandig. Sand. Ja, großig. Das ist einfach nicht weg. Würdest du sagen, ja? Na, warte mal, warte mal. Dann muss man jetzt nicht mehr. Schmarrn. Und hat sich was verändert? Ja. Ja, es ist auch da. Das ist Zeitkörniger geworden. Kalk. Da ist noch mal Muscheln. Da ist noch Muschelnest drin gewesen. Da müssen wir noch mal runter. Ja. Das sind die Eiszeitmuscheln. Ja, das sind die Frage. Ja? Das sind möglich. Das sind wir schon bei 10.000 Jahren. Also, wenn hier... Also... Also... Und da sind wir großig, habe ich? Schau mal, ja. 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 Oh ja. Ein schönes Hexenblatt, gell? Ja. Ja. Ja, da muss man weiter tiefer gehen. Da muss man noch tiefer gehen. Das ist immer noch Seeseniment. Ja. Ja, mitten drin, ja. Gut. Die hat so vor 10.000 bis 11.500 Jahren vor heute immer begonnen. 0,9. Das ist damals. 1,6. Ja. Das war. Also, wenn die Material zum Beispiel eingeschwemmt wird, und so, dann kann man das erkennen, wenn man ein Ausschwemmer hat. Wenn die Material eingebunden wird. 0,9. Das ist schluffiger geworden. Schluffiger. Was? Fluffiger? Schluffiger. Also, feiner. Also, das ist eine Korngröße. Ja. Das Feinste ist Ton. Dann kommt Schluff und dann kommt Sand. Ach, das ist. Ja. Also, okay. Das ist jetzt... Aber ist das jetzt gemahlener Stein oder ist das gemahlener Schnecken und so? Ja. Das kann man noch nicht sagen. Möglicherweise beides. 0,9. 0,9. 0,6. 0,9. In Brandenburg gibt es mehrere Mohnen vorgekommen. Das sind 30 cm. Das sind 50 cm. Äh, 10,50 m. Das ist 50 m. Und hat unten eindeutig spektakulärer Mohnen vorgekommen. Das kann man also erkennen. Ja, und es gibt mehrere bayerische Seen, die schon erbohrt worden sind. 14.500. Und dort die Regimentation. Und dann direkt nach dem Rückzug ist Eis es im Grunde genommen. Das wird dann das Seeleben. Aber wenn das Seeleben gegeben hat, das denke ich mal laienhaft, dann kann das ja kein Toteisgletscherloch sein. Weil da war ja hier Eis. Ja, gut, aber das ist doch sehr viel später, als sagen wir mal 10.000 Jahre. Aber wir waren unten in was tiefer, in was härteren drin. Mit der Spitze. Also die nächste Bohrung wird spannend. Ja. Spannender. Der ist ein Ende. Wir auch, gell. Da muss man völlig neu umdenken, gell? Ja, das ist Menschenknochen. Menschen, ja, das wär's. Das wäre Sensation. 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 Untertitelung des ZDF, 2020